Okay, ich bin jetzt hier auf dieser Rennstrecke. Aber ich seh dich nicht. Äh... Was immer bist du? Okay... Gemeinsam. Ich hab ein Haus. Kann ich da gemeinsam? Ich hab gar kein Haus. Ich hab einfach einen Briefkasten. Ah, guck mal. Okay. Okay, du bist bei mir nicht drin. Also du bist auf meine Seite gegangen und äh... Ach so, du musst den Playbutton hier drücken. Warte mal. Ich hab ja das Falsche eigentlich. Das macht Sinn. Du bist auf meine Seite. Ich will nicht beurteilen, dass ich eventuell das Falsche gedrückt habe. Nicht in grünen Playbutton, sondern du musst dann unterstreichen, dass du das Bild von meinem Avatar siehst und dann musst du auf Freitreten klicken. Ach so, ich hab jetzt einfach gedacht, ich drück auf dich drauf und dann drück ich da auf Play und dann bin ich da, wo du bist. Das ist nicht wie in VR-Chat, okay. Nee, leider nicht. Ist noch nicht Zeit. Okay, dann mach ich das jetzt einfach mal zu und probier's noch mal. Du hast hier ein Loch in deinem Pool. Du hast ein Loch in deinem Pool. Das sieht irgendwie seltsam aus. Wie dieser Streifen in der Mitte. Das sieht aus, als wäre da einfach Abfluss oder so. Stream ist ja eh, ich hab 18, also passt auf. Kann ich noch runterspringen? Ich krieg mal Fallschaden. Ich mag das Game nicht. Ich krieg mal Fallschaden. Es hat auch bis jetzt nur geklopft, dass da noch gar nix passiert. Okay, ich kann doch nicht sterben. So, auch schnell. Ich weiß aber, was passiert. Oh, das war ein Bad hier. Das nenn ich mal Freiraum für... Ach, die haben die Szene nachgestellt mit denen. Oh, kann man mich draufsetzen? Mhm. Oh, endlich mal. In Frieden. Scheiße. Ja, das war gut. Ich dachte, wir kriegen einen hohen Angeln. Oh, jetzt ist er vom Kopf. Hallo? Ich bin hier... Ah, ich bin bei Brennersträngen, okay. Ein bisschen mehr. Mit Schmack ist runter. Oh, und duschen kann ich mich auch. Hallo? Ich hab aber nur ein Strahl Wasser hier. Is anybody there? Unpraktisch zum Duschen. Ich hab immer... Ah, jedes Mal wieder... Mit dieses... Hallo, hallo? Von FNAF drinnen. 500 and Freddy ist der Telefon da am Anfang. Hallo, hallo? Du kannst den Knopf vor dich anrufen. Okay, äh... Aber ich will, dass der funktioniert. Oh, was heißt Kreis? Das ist ganz zu groß. Was hat er mit diesem Kreis auf sich? Das ist sehr wichtig. Wenn er noch ein bisschen größer, wer haut damit die rüber ab? Drücke B zum Fließen. Ach, drücke B zum Öffnen. Ja, okay. Ich grille mich mal kurz. Oh, ist er shaky. Ist doch ruhig. Aber jetzt wenigstens... Wir sollen vielleicht ein bisschen komisch riechen. Wollt sagen, hier sind wir wenigstens die Kamera an. Wir haben kein Denkfehler, krass. Warum er springt hier so ein Tut aus der Wand? Okay. Ups. Der fällt mir hier nicht weggehen. Ja, da kommen wir jetzt. Fällt mir grad so ein. Wir kommen mal nicht mehr. Nee! Was war denn jetzt für ein Krach? Was passiert hier? Oh! Ich hab ihn angeguckt. Das hätt ich nicht machen sollen. Hahaha. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich auch nicht. Ich hab ihn angeguckt. Das war keine gute Idee. Ne, ich war grad kurz zu laut. Meine Mom wollte schlafen. Okay, ähm. Ja. Was willst du respawnen? Ja. Ich hab noch vier Leben, okay. Also... Nicht pfeifen! Nicht pfeifen! Hab ich hier pfiffen? Ja! Ich war doch gerade weg. Oh shit, ich bin tot. Ich bin tot. Hey, warte ich auf dich hier vorne. Was? Der Smoa-Ach. Man muss... Ah, man muss... Man muss anscheinend... Nein! Ich bin tot! Ah! Ah! Nein! Wo bist du denn? Bist du nicht hier, wie es spawnt? Ich bin wieder am Anfang. Man muss anscheinend, wenn er kommt, in so einen Gang nach oben rein. Wo bist du? Weiß ich nicht. Warte mal. Da, hier. Hallo. Hinter dir. Aber wie hab ich gepfiffen? Ich wollte eigentlich das Bild angucken. Was schießt los? So besumgefallen und es hat irgendwas geschrien. Achso, er ist hier. Er hat mich auch. Okay, er hat mich auch, aber... Wie findet er uns? Willst du respawnen? Ich hab keine Ahnung. Ja. Wir werden mich dann sehr, sehr doof an, oder? Er ist einfach gut. Oh, hier ist eine Kamera. Äh... Eine Taschenlampe. Kann ich hier ausreden? Wollen wir gehen? Ähm... Einfach laufen vielleicht! Einfach, komm! Einfach, komm! Einfach laufen! Einfach laufen! Einfach laufen! Stehend bleiben war eine schlechte Option, dann einfach laufen! Ja. Oh! Ah! Guck mal, ich kann sprinten! Kommt das? Kann auch sprinten. Das kommt? Das kommt anscheinend nicht. Also ich glaub, wir sind erst mal weg von ihm. Ah, ich bin aus der Brust, denn jetzt ist los. Oh! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Aber wo bist du? Ich hab ihn gesehen! Ah! Lauf! Oh, hier ist es rot! Kommt der? Man kann hier zum Glück echt weit gucken! Ich hör euch! Er hat mich gesehen! Nein! Oh, da sind... Hä, sind mehrere? Das ist ja unfair! Muss ich reden? Ich hab... Einmal so ein Bakteria und einmal so ein Ding, wo Kraft kommt. Ah! Bakteria! Was ist denn so? Er hat mich! Ja, er hat noch zwei Leben. Okay. Wir müssen, glaub ich, einfach nur einen Ausgang finden. Das ist leichter als ein Sachdienst. Hier ist alles gelb. Ich seh nur gelb. Mhm. Oh, ich bin tot! Scheiße, es ist meiner! Ja! Oh, okay! Ich hab ähm... Blur? Ich würd gern die Kamera haben! Ich würd gern Fotos machen! Aber wie... Oh! Das war ein Smiler! Okay! Jetzt hat mich angelächelt! Aber das ist okay! Jetzt ist wieder weg! Ich bin gleich tot! Bei mir blurt... Oder eigentlich zu dem lila Licht gehen! Was ist das jetzt schon wieder? Ja! Das Ding steht direkt vor mir! Und das kann mich nicht sehen! Irgendwie! Dann hast du's anleuchten! Drück mal F mit Taschenlampen und guck, was passiert! Oh, hier ist irgendwas auf dem Boden! Was ist das? Oh! Hat dir immer noch so einen Boden gemalt? Das macht gar nichts! Wenn ich's anleuchte! Du hast kaputt gemacht! Schäm dich! Das Mund einfach verstört! Was auch immer du getan hast! Ich würd dir... Naja, jetzt kannst du dich wenigstens in Ruhe bewegen! Ich würd dir helfen, aber ich hab keine Ahnung, du bist! Ich pfeif ab und zu mal und hoffe, dass du mich hörst! Aber... Ja, ich höre dich! Aber wenn ich mich bewege, dann bemerkt mich das Ding! Weil hinter der Einwand steht das Ding, wo dir der laute Krach macht! Also beide bei dir! Komm ich denn immer näher, oder? Oh, ich bin tot! Jetzt bin ich tot! Jetzt bin ich tot! Nee! Ich hör's, aber... Ich seh nix! Kann auch grad nichts mehr sehen! Blö! Wir haben das Spiel zerstört! Ja! Digga, wenn du was willst, komm her, aber schreien. Das Ding schreit mich einfach nur an und das war's. Ich seh ihn. Du bist tot? Nö. Ich seh ihn. Der steht da und macht Krach. Ich seh diese Schall. Ah, okay. Jetzt sieht er mich. Jetzt sieht er mich. Jetzt hat er mich gesehen. Ich weiß aber nicht, ob er nur hinter mir ist. Rennen! Okay, er hat mich. Jetzt hat er mich. Aber ich hab ihn gesehen, er stand halt einfach nur da und schreit. Ich bin dann einen Schritt näher gegangen, dann hat er mich gesehen. Er ist auch nie zugerannt. Irgendwie kann ich nichts machen. Ich steh hier an der Ecke und guck blöd. Der dann, keine Ahnung. Pfeif mal. Pfeif macht aber... Also ich hab gepfiffen. Ja. Pfeifen hat er mir nichts gebracht. Pfeifen. Wir müssen die Kamera finden. Ich würd gern mal ein Foto von ihm machen. Vielleicht kannst du dich einfach bücken. Keine Ahnung. Ich versteck mich grad hinter einer Wand. Aber die campen mich, gerade die beiden. Ich hab ne Leiter gefunden. Ah, warte auf mich. Oh. Ich kann Bakteria, glaub ich, hören. Der macht auch einen anderen Krach. Irgendeinen Monster hab ich gehört. Ah, okay. Ich seh sie. Also musst du ja in der Nähe sein. Ich bin hier. Pfeifen. 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 Ich weiß halt nicht, wie nah ich an ihn ran kann, ohne dass er mich sieht. Pfeifen. 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 Ach, hallo. Ich seh dich. Pfeifen. 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 Eventuell kann es ja sein, dass die mir jetzt folgen. Ne? Ja, nein. Pfeifen. 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 Ich habe einen Smiler wieder erwischt. Ja, der taucht alles mal auf. Aber jetzt kannst du weglaufen, oder? Ja. Hey, nice, da haben wir immer an irgendwas gewonnen. Also, nämlich bitte schon mal ganz schlecht irgendwo stehen bleiben. Wieso ist schlecht stehen zu bleiben? Weil dann holen sie dich ein. Ich weiß ja nicht, wie lange sie einen folgen, wie weit sie sehen können. Und worauf man achten muss, ob sie dich sehen oder nicht, woran man das erkennt. Außer, dass der eine halt schreit, als würde man den abstechen wollen. Ich bin gleich tot. Ich habe schon hier so einen blöden Bildschirm. Was soll denn das? Das nervt mich. Oh, hier ist noch so ein Ding. Ist das wieder der Anfang? Nee, nicht ganz. Wo bist du hin? Hinter dir. Ich gehe die ganze Zeit rechtzeitig die Wand entlang. Oh, guck mal. Oh, die ist guck cool. Ich glaube, was ist das? Eigentlich ist. Irgendein Abzeichen, was wir jetzt haben. Ja. Oh, renn, 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 renn. Ich glaube, ich muss gleich aufhören. Da war wieder ein Smiler. Okay, du kannst ruhig aufhören. Ich will gucken, ob ich das irgendwie schaffe, hier rauszukommen. Oh, hier ist ein dünner Gang. Kann ich da durch? Pass ich da durch? Nur, pass ich nicht. Ich bin zu fett. I'm dead. Du hast kein Leben mehr, oder? Ich glaub, einmal gespawnen kann ich noch. Nee, kann ich nicht. Peter geh ich auch raus. Drück zur Lobby. Gott, ich find das furchtbar. Tut beleid. Ich fand das eigentlich ganz lustig. Wir können sie irgendwann nochmal versuchen, aber hey, ich bin ja für heute erstmal durch mit Horror. Dann können wir vielleicht was entspannenderes suchen. Mhm. Dann können wir halt einfach mal was entspannenderes suchen. Mal gucken. Können wir auch mal gucken. Mal gucken. Okay. Mal gucken. Mal gucken. ARD Text im Auftrag von Funk